Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute wieder aus meinem Sportkeller. Ja, und nach dem Intro geht es schon wieder richtig volle Kanne los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war der heutige Sportvlog. Ganz neue Perspektiven hier. Ich sage Cheerio mi Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Runde vom Sofa. Nachmachen. Ich bin gespannt, ob was kommt. Bis denn. Cheerio mi Sophie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.